Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, aber erstmal vorhin habe ich noch ein Infovideo rausgehauen, jetzt kommt dieses Gewinnspielvideo und normalerweise müsste ich auch die Mega-Freundschaftsforschung wie auch immer anfangen, aber heute Abend ist ja auch noch der Spotlight, die Spotlightstunde, der Spotlightstream und ich glaube es wird das erste Mal sein, dass ich zu einer Mega-Forschung keine einzelnen Kapitel mache, denn wir können ja die ersten Kapitel, die ersten zwei glaube ich heute Abend auch in der Spotlightstunde gemütlich live abschließen und mitmachen, ihr könnt hier nämlich schon sehen, bei diesem Account, was die ersten Kapitel sind von der Mega-Kumpel-Herausforderung, fange fünf Pokémon, lande fünf großartige Würfe, gib deinem Kumpel drei Snacks, normalerweise würde ich wieder ein extra Video dazu machen, aber ihr seht selber, das ist innerhalb von einer Minute erledigt, dazu ein extra Video wäre Quatsch und wir haben heute eh wieder so viel zu tun, die Spotlightstunde, das Infovideo vorhin, das Gewinnspielvideo jetzt, da noch ein viertes Video reinquetschen vom ersten Kapitel, das übersättigt euch sowieso, jetzt aber die Frage, was ist das überhaupt für ein Account? Wer aufmerksam hingeschaut hat, sieht, der ist blau und der ist Level 26 Vielleicht kennt ihr den Herren, Noccey der Dicke, wenn euch das was sagt, der ist auf jeden Fall ein Mitglied beim Ramses der Dicke Kanal Er hat auch ein Raupi bei sich hinten im Namen, eigentlich müsste er sich ein Raupi als Buddy machen Noccey der Dicke, es gibt auch Noccey der Echte, aber Noccey der Dicke hat gesagt Er möchte der Community auch was zurückgeben, er möchte sich auch bedanken für die gute Zeit, er hat einen Account Und den möchte er verlosen und den wollen wir euch heute zeigen und den könnt ihr gewinnen, auch wenn ihr jetzt sagt, gut, Level 26, das ist ja nicht viel, das ist ja nicht sinnvoll Geht es vielleicht trotzdem auch um die Pokémon, die drauf sind, die wir euch gleich zeigen wollen Hintergrund auch, wir haben das Gewinnspiel angekündigt, Ramses 3000 Abos, dass wir einen Account machen, der Ramses 3000 Abos heißt Und dass wir den verlosen werden, versuchen Level 40 zu erreichen und dass wir alle kontinentalen Pokémon da drauf fangen wollen Mittlerweile ist da auch schon Shiny Kaumala drauf, Shiny Kapuno, paar Legendäre, wir werden da auf ein paar Zuschauerwünsche noch eingehen Werden gucken, wenn jemand sagt, das wäre cool, ob wir das auch noch mit drauf packen können Jetzt habt ihr die 3000 aber schneller erreicht, als wir dachten, das heißt, wir sind gerade mal bei Level 35, 36 Und müssten den jetzt so abgeben, er ist aber sozusagen noch unfertig Wir würden gerne noch den Account weiter hochziehen, gerne den noch stärken, euch den dann als richtig krassen Account rausgeben Da aber viele schon gefragt haben, wann wird der Account verlost, wann wird der Account verlost, habe ich mir gedacht Kommt mir das sehr gelegen, dass Noxay gesagt hat, er hätte noch einen Account, den ich auch an die Community rausgeben könnte Deshalb zur Überbrückung gibt es heute den Account von Noxay der Dicke zu gewinnen Müsst nur den entsprechenden Hashtag wieder in die Kommentare schreiben Jetzt möchte ich euch aber kurz zeigen, was der Account denn alles hat Der ist also jetzt Level 26, Team Blau hat 122.000 von 200.000 Erfahrungspunkten Ihr könnt auch mal in die Items reingucken 332 von 350 Items, ein paar Dränke drauf, noch 2 Glückseier Rauch ist hier 3 mal vorhanden, ihr habt 9 Sonderbonbons, noch 3 Fanrate Pässe Wenn ihr euch die aktuelle Box holt, kriegt ihr sogar nochmal 3 Aber ich kann die ja nicht holen, weil er noch 3 hat Und ihr könnt ihn nicht holen, weil ihr den Account ja dann erst nächste Woche bekommen könntet Und dann ist das wahrscheinlich schon weg Auf jeden Fall hat er hier noch ein paar Bälle drauf Lockmodul, Magnetmodul Kann man ja auch nutzen vielleicht Wenn man mal ein Modul anzündet, um beim Großen auch zu farmen Kann man das hier runternehmen Der Account dient wohl wirklich eher zum Ausschlachten, denke ich mal Man könnte es aber vielleicht auch so machen Vielleicht kann ich auch einen Fanrate Pass von hier verbrauchen Dass ich nur noch 2 habe, um mir dann die kostenlose Box hier mit den 3 Fanrate Pässen abzuholen Wo ist die? Hier unten Das wäre nämlich genial, dann hättet ihr ganze 5 Fanrate Pässe Und ihr könntet mit dem noch bei was anderem mitmachen So, jetzt gehen wir aber mal hier auf die Pokémon Wir sortieren das mal nach Nummern Und er hat eigentlich das schon etwas vorgegriffen Was wir auf dem großen Ramses 3000 Abos Account machen wollen Denn, ihr seht hier unten schon Kangama Ihr werdet gleich überrascht sein Der hat hier auch ein Visa Floor drauf Ein Glurak, ein Alola Raichu Dann hat er hier Galaporenda Hat er 2 Stück noch Wer die verpasst hat Ihr habt hier Kangama Und guckt mal wie viele Kangama ihr habt Das ist also auch ein Account, der eher auf Regionale ausgerichtet ist Ihr habt hier ein ganzes Set Kangama drauf Die ihr tauschen könnt, wo ihr sonst was mitmachen könnt Ihr habt hier Tauros drauf Auch ganz viele Ganz viele von den Taurosen Na, die alles gut Dann habt ihr hier Carbador vom C-Day wahrscheinlich Ihr habt 5 Schillen Carbador Ihr habt ein Ditto, Blitzer, Aerodactyl, Relaxo Auch Krypto-Relaxo, Actos Ihr habt Scaraborn Ist ja auch sehr beliebt Viele brauchen noch Scaraborn Suchen Scaraborn Genauso wie Corazon Auch im ganzen Sack voll Ein Lavitar ist drauf Ilomise sind 3 Stück Kurtl sind 4 Stück Vipitis Tropius Tropius ist auch ganz interessant für den Für den Flugcup Wir können ja mal kurz gucken Bei dem ersten hier Wenn man das pushen würde Wie weit das kommt Gut, weiter geht es nicht Weil der Level nicht höher ist Wenn ihr das also ein bisschen pusht Und den Level erhöht Dann könnt ihr sogar mit so einem Tropius kämpfen In der Liga Dann hat er hier ein 100%iges Absoll Hab ich auch zum Beispiel nicht Er hat ein 100% Absoll Ihr habt ja Relikan drauf Noch 4 Stück Ein wettergeboostetes Groudon Schalellos Habt ihr hier mehrere Plauderguy Habt ihr hier Einen ganzen Sack voll Wenn du Flea bist Ist dabei Selfe Ist dabei Ein wettergeboostetes Shiny Heatran Noch ein paar andere Wettergeboostete Heatran Veggie Mag Sodamag Jiu Testo Habt ihr auch drauf Barschhoff Dann ganz heftig Finde ich Simvulara Das sieht man wirklich So selten Biso Funk Jeder hat Biso Funk Mittlerweile Simvulara Finde ich Immer noch Eins der Seltensten Komischsten Pokemon Guckt euch das an Aber Biso Funk Ist ja auch mit drauf Auch ein ganzer Bündel voll Genau wie Funifras Noch 3 Stück 3 Kiurem Und ein Genesect Ihr seht Das ist in dem Sinne Also kein heftiger Account Mit dem ihr jetzt Übelst was reißen könnt Aber Das ist ein Account Mit vielen Kontinentalen Die ihr euch Theoretisch tauschen könnt Oder in eurer Community Verteilen Weil ja von vielen Mehrere drauf sind Oder ihr könnt damit Versuchen Lucky Kontinentale zu bekommen Wenn ihr die tauscht Oder irgendwas Vielleicht könnt ihr auch Trotzdem was anderes Damit anfangen Könnt ihr ihn trotzdem Als zweiter Account Noch mit nutzen Könnt dann die Rates Machen Mit zwei Accounts Mit zwei Handys Wenn euch das Passt Wenn das Möglich ist Finde ich auf jeden Fall Eine gute Idee Dass der Noctzei Das hier bereitgestellt hat Grüße gehen raus An auch Grüße gehen auch raus An den Noctzei Denn er hat das alles gesammelt Und ihr könnt das jetzt alles haben Es ist Es sind nicht alle Kontinentalen Aber alle Kontinentalen Kriegt ihr ja dann Auf dem Ramses 3000 Abos Account Und auch heftige Shinies Also Das ist ein kleiner Vorgeschmack Ähm Um euch was zu liefern Weil die Nachfrage da ist Für den anderen Gibt es den jetzt erstmal Den könnt ihr jetzt auch gewinnen Und ihr wisst ja Wie das immer ist Wir geben jetzt ein paar Tage Zeit Bis Montag Ist dann wieder die Auslosung Das ist das Gewinnspiel Video Am Montag Im Livestream Chill mit Ramses Livestream Montag 20 Uhr Geht der Livestream los Auf YouTube Und 21 Uhr Ist die Verlosung Und dann werden wir wieder Über diese Seite Die Kommentare filtern Und die Kommentare Mit dem richtigen Hashtag Können gewinnen Und der Gewinner Muss um 21 Uhr Im Livestream Dabe sein Um mögliche Fakes Auszuschließen Der Chat wollte das immer so Das machen wir die ganze Zeit Wer also dann da ist Er hat kurz Zeit zu sagen Jo ich bin's Und so Dann geht das seinen Weg Und den richtigen Hashtag Müsst ihr jetzt hier In die Kommentare schreiben Und den machen wir einfach Weil er es sich verdient hat Hashtag NocceyderDicke Achtet wieder genau Auf die Schreibweise Da werde ich wieder Ein bisschen fuchsen Schreibt einfach Einen Hashtag NocceyderDicke Hier in die Kommentare Gebt kurz Feedback ab Wie ihr den Account findet Ob ihr den haben möchtet Oder nicht Was euch besonders An dem Account gefällt Oder Ob ihr das total Schwachsinnig findet Und Ihr könnt auch gerne NocceyderDicke Vorschläge abgeben Was Der Ramses3000 Abos Account Noch haben soll Was ihr euch auf dem noch wünschen würdet Das also Eigentlich die einzigste Voraussetzung Schreibt den richtigen Hashtag Hier ins Video Und seid am Montag In der Verlosung dabei Wenn ihr gezogen werdet Dass ihr den direkt Entgegennehmen könnt Sozusagen Montag Ab 20 Uhr Chill mit Ramses Livestream Und 21 Uhr Dann die Verlosung Das war es jetzt Von meiner Seite aus NocceyderDicke Das ist ein Trainer Club Account Der Gewinner Hat aber die Möglichkeit Wenn er sagt Ja Trainer Club Muss man sich immer anmelden Neu Ich hätte lieber so Als Google Account Kann ich dem Den Trainer Club Account Natürlich noch Auf ein Google Konto Rüber switchen Ein Google Konto Seiner Wahl Wenn er das möchte Oder er kann das selber Ich erkläre ihm dann Wie das geht Dann hat er auch die Möglichkeit Mit einer Google Anmeldung Immer direkt In den Account reinzugehen Und nicht jedes Mal Alles neu einzugeben Das war es jetzt also Von meiner Seite aus Grüße NocceyderDicke Viel Spaß Und viel Erfolg Bei euch Wenn ihr da mitmacht Hashtag NocceyderDicke Ihr wisst Bescheid Wir sehen uns In der Spotlight Stunde Wieder Wenn wir auch Die Mega Kumpel Herausforderung Abschließen Und ich glaube Wir haben heute sogar Noch einen Gast dabei Dazu später aber mehr Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal